ja komm die Schaufel auf die ja die muss für Peppy behalten stinkt mir jetzt schon dass der hier jetzt weg ist gerade lass doch dann einfach ne neue kaufen die kostet's doch so kann man nicht kaufen kann man nicht Schaufeln sind wertvoll du blödi so jetzt hab ich dir gegeben ja jetzt hast du mir echt gegeben jetzt gehst du weinen selber blödi bis jetzt Krieg ausbricht mach jetzt wie bei Twix gleich boah willst du mir nicht hast du ne Schrotze ne irgendwie nicht mehr willst du eine ich find die Lope ist eigentlich geiler wobei ne Schrotze bin grad am überlegen und als Secondary würde ich dann da liegt sie die Uchi ne da liegt die Schrotze auch gar nicht schön pick up bonus luck ach die hab ich weggeworfen ja ich würde jetzt ein Museum Trading Outposts machen ne ok ja ja es ist halt nix los deswegen lass die Eskorte töten ich hab einmal eskortiert ne das ist so ein Dreck das ist so mega das ist so mega mäßig Schiss du hast so ein richtig dickes Päckchen und ähm ja du musst halt mit dem Fickpäckchen rumrennen achso du kannst dann nichts in der Hand haben oder was ne ne da ist das Päckchen in der Hand mhm das ist halt das Schwere ja was machen wir wollen wir jetzt auch nochmal weil wenn wir jetzt auch sagen wir killen uns einfach hier random Viecher dann würde ich das Päckchen wegwerfen weil dann kann ich mehr looten oh 60 Minuten Survival Award zwei Level ja schmeiß das dumme Päckchen weg achst du es auch immer so irgendwie du levelst erstmal erstmal alle Sachen auf aufs zweite aufs zweite Bild raus und danach suchst du dir aus was du erst weiter levelst ich muss gleich mal für vier Minuten drei vier Minuten afken ich hätte eine Metal Pipe geklaut weil ich gemerkt habe dass ich keine mehr hab ne die kannst du auch haben ich hab nur ein ich brauch nur eine so ja das ist auch noch für dich boah alter du bist voll gnädig gerade ne ja so warte ich kauf nur jetzt noch genügend 300 ja nicht übertreiben ne ja die hab ich mir ja mühevoll zusammengeloadet aber ich brauch's halt nicht mehr ich warte gerade ich geh jetzt glaube ich raus kurz ja nicht dass es an der Attack dann ist ich sniper dann Mantis oben ok boah das wär so assi du chillst hier ne hier sieht dich keiner und du hast den perfekten Überblick ich kann von hier oben alles zerficken aber safe zone ne ich bin hier nicht in der safe zone echt nicht ne ok mhm ey da hinten ist fette Party ich hoffe die safe zone hier ist nicht gleich under attack wenn ich weg bin das war schon mal so und dann war ich tot wenn hier irgendeine wenn hier irgendeine oh ich guck in die falsche Richtung da unten läuft ein Vieh snapple das weg die laufen nicht nur eins die laufen nicht nur eins der hört sich so geil an ich krieg halt auch geil xp ne mach mal weiter irgendetwas portet sich grad langsam zu mir hoch ich bin mal kurz weg falls die safe zone under attack ist dürft ihr es eigentlich sehen wow crawler ist hier angekommen dann bis gleich ok bis gleich das wäre so geil wenn man da da wo der hier drauf steht kommt da der ist ernsthaft rüber gerannt ne dick mit dem glaube ich sniper jetzt erstmal ein paar Viecher weg komisch komisch ist wenig ungenau finde ich hm ah hier unten kann man noch looten das hier kann man noch looten da mal Zeit geh ich gleich vielleicht noch hin aber alter wenn ich jetzt hier da hinten hier auf dem haustell dann kann ich da einfach los ja dann pfst sie wieder da runter erstmal hier verschwinden ne erstmal hier verschwinden ne ja die kann das Ich weiß es nicht Ich schrecke hier alles auf Ich gehe mal echt hier rein Das ist irgendwie auch kein guter Spot Ja, ganz da hinten sieht man ein Fliegevieh Ein Mantis Komm, wir ballern den mal ab Der ist irgendwie erstmal in der Luft geflogen Der Mantis ist weg Oder? Ja, der ist nicht mehr da Das nervt aber schon, dass die irgendwie nicht perfekt trifft Was ist denn da los? Vielleicht muss ich echt irgendwas reinboosten, dass ich da mehr Damage mache mit Oh, wow Das war knappi Da ist nochmal ein Test Dann zerpflücken wir den einfach mal Maximum realistisch Noch nicht hier, aber Ja, macht Glück gehabt Da bin ich wieder Ah, da bist du wieder Gut Ich muss sagen, ey, irgendwie Aus richtig hoher Entfernung macht die doch fast kein Damage, die Pipe Also, nicht kein One-Hit auf jeden Fall mehr So, wo waren wir hin? Train ja ist under attack, aber ich will nicht rausgehen, echt nicht irgendwie Lass halt Fischer killen hier Ja, aber dann nehme ich nur die andere Waffe mit, weil Der Sniper gebe ich mir das nicht Okay Ja, ist vielleicht besser so Ist halt geil, ne, dass ich jetzt hier Headshot geskillt habe und halt eine Schrotze habe Joa, damit hast du die Chance, ein paar starke Headshots zu machen Auf jeden Fall Drei Hunter Rips Ich chill in der Tanke, ne Drei Hunter Rips, die könntest doch irgendwas geiles tauschen, ne Äh, joa Ich glaub Muni Okay Äh, wo stehst denn du? Ich bin in der Tanke Ah, da hin An der Tanke? In Okay Äh, in der Tanke ist jemand, pass auf Ich Ich knall ihn ab, okay Ich hatte gerade echt kurz Panik, ne Ich knall ihn ab, okay Äh, ja, ja, eins will ich noch looten Ähm, hier unten sind Schlafsäcke Da, wo der Golem ist und die anderen Viecher alle Noch bin ich protected Zwei Eins Ja, lass die Party beginnen, ne Bist du Welche Richtung? Ach da Richtung Golem Ich bin halt, ich bin halt schon Level 20, war Wow, alter Ich hab mega Schiss gekriegt Alter, ich krieg der mit Ja, ist totes Vieh War hinter mir ein Viech? Ja, ein Faller Alter Ich hab mega mäßig Schiss gekriegt Weißt du wieso? Ich bin hier aufm Auto gestanden, ne? Ja Lauf, mach mal, zoom mal rein Und Lauf rückwärts runter Alter, wie's wackelt Alter Und ich hab, ich hab das gemacht Ja Hab mir gedacht, so scheiße, was geht jetzt los? Ja, ja So ging's mir auch mit der Uzi, als ich hier zum ersten Mal benutzt hab Das war das, was ich da gemeint hab Falls ihr dich noch erinnern könnt Ne, weiß ich nicht Als ich gesagt hab, ich bin gestolpert Ich hab hier was zum Looten Ich hab hier was zum Looten Ach, das meintest du? Ja, genau Silencer Silencer Geil Wuhuu Oh Was war das? Ich war das Wollen wir weiter latschen? Hier noch gute Putty Alter, Alter Einfach One-Hit das Vieh Ja? Ja Ich hab nicht mehr aufm Kopf gezielt, Alter Hinter dir ist einer Hinter dir ist einer Woah Wollte ich nur mal gesagt haben Ich muss in deiner Nähe ein bisschen aufpassen mit der Shotgun Spielst du mit einer Shotgun oder wie? Ja Ach so Ach, deswegen machst du die One-Hit Ja Das tut mir Ah Ist auch nice Pistole? Was? Sollen wir Richtung da hinten Train Yard Outposts Saves und einen Attack clearen? Komm, lass machen, komm Ja, ich hab's noch nicht so richtig Bock raus zu gehen, aber Du wolltest aber auch nicht irgendwie irgendwas anderes geiles machen In der Stadt ist überhaupt überall nichts los Ja Aber lass langsam machen Renn, renn, renn Ja einfach so'n Schuss, äh, gibt so'n Warnschuss, ne? Ja, ja wir komm Ja Wann mal kurz, Inventar Auch noch 5 Dink, äh, Platz für 5 äh, Sachen, ne? Nur mal hochgehen sollen und ablegen sollen Strength ist halt echt so ein Ding Das müsste man eigentlich richtig krass leveln Was? Stärke Dann hast du mehr Stärke um Sachen mitzunehmen So echt? Ja Ich search gerade mal was Ammo Weil wir sie brauchen Ja naja Das schadet mich Triffst du das? Du hast auf jeden Fall gerade echt erfolgreich Viecher an Ich hab ihn getroffen Geil Ist er tot? Nee, der kommt runter Nee, der kommt angeflogen, richtig, realistisch Alter Hast du gesehen wie realistisch das war? Wird er die Uzi so viel gezogen oder Headshot Und Akka und David beizählen Yes Oh Mein Tart hätte gerade nichts schief gehen können Ich hab mich einfach umgetreten und hab halt einfach geschossen Alter, wie du dem gegeben hast Ich sieh's halt bei... Ich hab halt einfach no score, meine Dasten haben wir gerade geklemmt Einfach mal draufholzen, wa? Einfach halt mal, pum Ja, gib mir Uh Nee, gib mir nicht Oh, ich hab Granaten aufgehoben Wenn du dich nicht willst, gib sie mir Jetzt sind wir nicht mehr sicher Hinter dir Das sieht so geil aus, wenn er Schaden kässtet Äh, äh, äh Kopf hoch, Kopf hoch, Kopf hoch Volta, ich werf gleich mal ne Granate zum Testen, weil ich's lustig find Aber Zieh nach oben Und bitte nicht zu mir Ohne Witz Ja Alter, die explodiert sofort Ja, ist geil Könnte gefährlich werden Ja, oder weniger In gewissen Situationen Ja, wurde ja auch schon mal gefährlich, falls du dich erinnerst Ja, haha Oh, oh, hab die Granate geworfen Hey, was? Bam Oh, die liegt hier noch Boom So Power Rangers, was ist geil? So blöd, ey, ernsthaft, das war so Boah, aber geil Ich hätt echt schlagen können Ähm, hier wäre die Brücke rüber Ja, Mann, Bratpfanne Ich kann die Bratpfanne nicht aufheben, siehst du? Das ist zu schwer Ja Ja, dann hebe ich sie ja nicht auf Ja Ich kann eh nix mehr aufheben, das kürzt du mich jetzt schon wieder an Ich denke schon, dass es auch Ich muss halt echt sagen, dass man es viel zu wenig tragen kann Ähm, 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 ähm Ja Ja Ich hab hier grad auch nur, ähm, ich weiß nicht viel Muni und so und stuff Ja, aber trotzdem, guck doch mal, wir haben eigentlich einen größten Rucksack Ja, und ich hab 600 Muni dabei Oh, ich hab, ich hab, okay Also, ein anderer Scheiß-Clan kleert hier die ganzen... Ja, red doch nicht Unser Clan? Ne, ein anderer, das ist es ja Unclaimed Ja, stimmt Storkars Echt? Schießt du gerade? Ja Alter Ja Schieß doch nicht einfach so drauf los Da krieg ich ja sofort den Vogel Von wie? Von ne Mücke, alter Okay, direkt nicht hier und winst Eigentlich wollte ich ja Warframe aufnehmen, ne? Ach Alter Was? Äh Was ist? Ich dachte gerade, hier kam eine Granate geflogen, aber das war irgendwas anderes, keine Ahnung Na, die ist fähig Alter, ich dachte... Alter Hinter dir? Hinter dir? Ja, Mann Ich schieb's ja auch noch... no scope ab momentan Boah, ich bräuchte wieder einen Outpost, Alter Ernsthaft, weißt du? Wenn wir jetzt diesen Outpost clear da hinten Äh, dann kann ich nix aufheben Weil ich hab schon... Ich hab schon alleine... Äh, dropen doch eh nicht Ich hab allein schon 12 Bones Okay, das... Die sind auch echt schwer, die Knochen Ja, musst du mal vorstellen, wie viel den da hat liegen Wie viel kannst du noch mitnehmen? Äh... Weil ich will die ja trotzdem eintauschen gegen Muni oder so Weil ich halt meine Muni auch teils fair kriegen will Ja Weißt du fair Aber Bones kannst du, glaub ich, nur gegen diese... äh... Bones Slugs eintauschen Zumindest die Reihen bei uns Nein Ich glaub, was Andern noch zusammen Auch gegen an... äh... An Danster Wart'n Wichser, ey Portet sich weg, portet sich neben mich Aber das find ich auch gut, das porten macht das richtig noch... spannend, weißt du? Ja Ich find's auch geil, weil's einfach was anderes ist. Ja, stimmt auch wieder. Generell die Viecher. Ich find's geil, dass es keine Zollmüse sind. Ich find's auch geil, aber ich find's auch geil, dass es hier mal keine sind. Da hinten ist irgendein Viecher im Wasser. Ist auch das Viech geschossen da hinten im Wasser? Ne, ich hab ihn in Luft geschossen, Warnschoss. Falls hier wieder irgendeine coole Socke sich denkt, ja, den Nico, den knall ich mal weg. Das war nämlich nicht die Stelle hier. Ja, war der hier auf dem Haus? Alter, die Streuung an dem Haus! Siehst du die? Ja, ich seh nur einen Schuss. Einen dicken Schuss halt. Woll ich da mal hochgehen? Ne, ne. Ich denk mal, die Warnschüsse dürften reichen. Weil wir hier eigentlich schon ein bisschen looten können. Hier ist Müll. Vielleicht find man ja Money. Im Müll war nichts. Eigentlich hätte ich doch einen Sniper nehmen sollen. Weil falls jemand kommt... Oh, hier ist Wasser! Wie viel damage hast du gekriegt? Gar nicht, hab leider. Ja, jetzt hat er beim auch geklappt. Hast du schon Schiss gehabt, dass er vielleicht nicht funzt, ne? Ja, oder haltet sich ins Wasser. Oh, warte mal, ich kann wieder... So, noch kurz was gelevelt. Welch level bist denn du eigentlich? 34, 35 oder wie? Ne, ich bin immer noch Level 31. Ich halt grad mit der... was sind drei die weißes wie machen wir es ich auch direkt was erst läuft geil die ist total klein ist auch total leer ja immer hier hoch und schließt man ja ich geh unten lang sagen schon einige neben dir von hinten kommt ein alter oben ist welche ja dass man nicht so mittig stehen ja aber richtig überhaupt nicht mittig stehen am besten mal alter hat die granate ich habe keine geworfen keine mehr da noch cool was nein was ist ein anderer spieler und der hat mich um genug ja was ist das für ein wichser was ist denn das für ein wichser ja ich bin jetzt bei zehn minuten vom westfiel entfernt was ist denn das bist du auch gestorben oder wie ist denn das für ein fenner weißt du boah man geht doch nicht zu einer safe sondern attack und tötet dann einfach random alle leute die da sind und klärt die fach hier ja ich würde direkt gewandt schottet warum werde ich ja nicht immer direkt gekillt weiß immer direkt ein schuss ich sehe den spieler nicht mal alter mein herz gerade was kostet mir an ich habe ich habe ihn gekillt ich habe ihn gekillt ja ok auf dem war auch kopfgeld ausgesetzt alter mein herz gerade fack wie kann man kopfgeld aufsetzen ja stand irgendwas mit bounty halt da ok kannst du meine waffe wieder mit safen wenn wenn es geht obwohl ich glaube bei dir ist die hölle los das war das von dem alter der auch ganz schön drei vier waffen ja ich komme langsam angelaufen ok ja ich glaube ich gucke beim best also entweder du kommst mir entgegen oder ich gehe noch mal kurz bei den westview outpost vorbeischauen um mich zu äh um eckwippen dein geld hat führ bestimmt viel geld habe ich verloren kann ich's nicht aufheben ernsthaft ja ist richtig schwierig schwer ist die safe sondern nach einer attack oder ist gerade ruhig geworden so hoher geld geben ich level dich gerade richtig ich bin hier dein schild ist halt echt so als ich bin immer der direkt gekillt wird alles ach nee das ist eine schrotze automatische ja ja ich glaube zwei oder danke dir spieler ist halt ein hoher und sohn aber ja aber echt weiß ich würde niemals bei der station der attack ist wo ich hingehe extra die spieler wegballern sowas finde ich echt räudig ja ich will mal sagen kannst du mein ganzes darf nicht alles aufnehmen ich kann da irgendwie gar nichts aufheben und nicht mal dein cash das ist einfach zu schwer ja weißt du mein geld mein geld sagt ich brauche nur noch 86.000 ich habe einfach 14.000 aufgehoben plus 5000 von 30 cash bonus von mir ja das wird von mir sein ja ja er liegt so viel stuff rum einfach auch von dem anderen spieler guck dass du einige safes oder wenn ich guck dass du es aufnimmst und wieder hinwirfst dann weil ich mich da wieder hin anzukommen ok ich bin ja nicht so mega weit weg dann 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 scheitern gehe ich nicht zum westfield post dann gehe ich aber direkt zu dir ok es ist halt viel zu viel um das zu machen ja du kannst ja nur die waffen einfach irgendwo hinwerfen ja deine waffen habe ich eigentlich die wichtigen die sniper sniper die smg ja meine ich doch selbst gebastelte halt ja das andere ist mehr oder weniger unwichtig das kann man sich noch kaufen ja bald halt nicht mehr ich häng fest aber ernsthaft so ein mongo wie hieß denn der keine ahnung manchmal im chat im chat gucken ja es gilt bei da crawler immer wieder armselig unterwegs ich muss hier mit meinem messerchen schlagen ich würde irgendwie gerne mal weg gehen ja mein level 2 weißt du wie gut so ich guck mal kurz käschen killt bei ich sehe das nicht gerade ich sehe das ernsthaft nicht der kill von dir steht auch nicht drin also ich komme angerannt ne ernsthaft aber ich werde ich werde immer von so wichsern abgeknallt immer genau gleich ich sehe die nicht und die ballern mich einfach über den haufen das ist halt echt so ja trinke ich erstmal mein milkshake jungen weiß nicht soll ich dir entgegen kommen oder was hast du alle waffen ja deine warren habe ich jetzt nicht das macht mich traurig das wäre jetzt die einzige waffe gewesen die ich auf jeden fall hätte behalten wollen ok